Musik Das war das Signal zu dem großen Filmereignis der Saison, der Vogelhändler. Die herrliche Operette von Carl Zeller in modernem Gewand als Farbfilm. Der Vogelhändler, ein Berliner Allianz-Farbfilm, dessen Kulisse die malerische Landschaft der Heimat bietet, in dem die herrlichsten Trachten in ihrer Farbenpracht zur Geltung kommen und in dem unsterbliche Melodien, die schon ihre Eltern begeisterten, auch ihre Herzen höher schlagen lassen werden. Zum Beispiel Musik Der Vogelhändler Adam, dessen Heimat die herrlichen Berge Tirols sind und die Christel von der Post. Ja, so reiste man damals noch bei uns. Ich habe dir gleich gesagt, wir wollen nach Russland fahren. Das ist alles viel einfacher. Warum löschen Sie das Licht? Der Stimmung wegen. Verführen lasse ich mich nicht. Ich bin die anständigste Frau von der Welt. Nicht, weil ich besonders gern anständig bin, aber ich habe gar keine Zeit, etwas anderes zu tun. Musik Ich bin die Christel von der Post, kleines Gehalt und schmal die Kost, schmal die Kost. Ach, übrigens, dass ich nicht vergesse, nehmen Sie sich vor diesen Vogelhändler in Acht. Das soll ein ganz rabiater Bursche sein. Ja, ich höre, der will Ihnen die Nase einschlagen. Die Nase? Kankank, schöne Frauen, perlender Champagner, rauschende Feste, turbulente Stimmung, Luxus und Reichtum mit der Prachtentfaltung der damaligen Zeit und... Oh, pardon. Natürlich auch Liebe. Hier pfeift sie ihm was. Wer von den beiden kann das wohl besser? Du hast gar nicht immer an mich denken können. Manchmal hast du auch schlafen müssen. Und dann habe ich ihm von dir geträumt. Wenn man sich Rosen in Tirol, weißt du, was das bedeuten soll? Man schenkt die Rosen nicht allein. Und Ihre Frau hat nichts dagegen, dass Sie sind eine große Freund von Tänzerinnen? Sie kann nichts dagegen haben, denn sie weiß es nicht. Die Gräfin Hohenstein ist mit ihrem Reitlehrer durchgegangen. Heute kann ich's verstehen. Der Vogelhändler. Die Darsteller sind Ilse Werner, Wolf Albach-Retti, Sibylle Werden, Günther Lüders, Siegfried Breuer und die Nachwuchsdarsteller Eva Probst als Christel von der Post und als großes Ereignis die Neuentdeckung Gerhard Riedmann als Vogelhändler Adam. Versäumen Sie auf keinen Fall, sich einen der schönsten deutschen Farbfilme der Vogelhändler anzusehen. Demnächst in diesem Theater. Bis dahin. Wir verschwunden alle miteinander, alle miteinander, wir reichen.